Wollen wir mal sehen, ob wir hier auch rauskommen. Gestern war es richtig Pulversnee, heute ist der schon ein bisschen zusammengepappt. Vielleicht haben wir ja Glück. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, jetzt noch einen kleinen Berg hoch und zack, geschafft! Na, Glück gehabt! Jetzt stelle ich das Auto hier oben auf den großen Parkplatz, denn hier wird immer geräumt. Na ja, meistens. Heute natürlich nicht. Aber hier komme ich hoffentlich schön lang. So, wir sind schön ins Schlitteren gekommen. So, und hier bleibt man einfach stehen. Aber wie ihr sehen könnt, ist der Parkplatz auch nicht geräumt worden. Ich denke mal, die werden in den nächsten Stunden hier noch vorbeigedüst kommen. Das hier ist jetzt die Straße. Vielmehr der Feldweg, der runter zu den Ferienhäusern führt. Und ab hier ist das Ganze dann eine private Straße. wo auch nicht geräumt wird. Aber einer, der Besitzer von einem Grundstück weiter unten, der hat so einen Monster-Quad, wo man auch einen Schneeflug dran machen kann, der räumt hier gelegentlich die Straße. Scheint er auch heute gemocht zu haben. Sonst wäre ich gar nicht rausgekommen. Scheint, ja, aufzuredenbual. Und jetzt kann das hier auch mit dem Schraube machen. So, ich würde dann auch jetzt angeregen. Und jetzt kann das das mit dem Schraube machen. Wie ist das mit dem Schraube machen. Und jetzt kann ich an das an. Schraube machen. Ja, dann kann ich das auch noch mal erzählen gezogen.